Moin ihr Zuckerschnitten! Die Champions League geht endlich wieder los. Nachdem wir vergangenen Freitag schon einen Blick auf die Top-Favoriten geworfen haben, werden wir uns heute die heute Abend startenden Auftaktspiele anschauen. Kurz und knackig, wie ihr es kennt. Wir werfen einen Blick auf die Top-Spiele und ich gebe da meinen Tipp ab und liegt wahrscheinlich wieder voll daneben, aber wir werden sehen. Wir schauen auf mögliche Dark Horses, also Außenseiter, die den Wettbewerb dieses Jahr vielleicht gewinnen können und geben auch unseren Tipp ab, wer am Ende den Pokal in die Luft reißen wird. Wenn du bis hierhin geschaut hast, dann drück genau jetzt auf den kostenlosen Abo-Button, denn Gerüchte besagen, dass ein Cultureplace-Abo deine Chance bei deinem Crush zu landen um ganze 3,3131% erhöht. Also sei kein Lafo und gönn ein Abo. Das wird ja immer schlimmer mit mir. Genug geschwafelt. Let's go! Fangen wir gleich mal ganz groß an. FC Barcelona gegen FC Bayern München. Vom Namen haben wir fast ein Finalspiel, aber schauen wir mal etwas genauer auf die Partie. Die Katalanen sind solide in die Saison gestartet. Nach dem Abgang von Lionel Messi hat der Klub in der öffentlichen Wahrnehmung etwas an Glanz verloren, was ich jedoch nicht ganz so schlimm sehe. Natürlich kann ein einzelner Spieler den sportlichen Verlust von einem Leo Messi nicht auffangen, aber der FC Barcelona ist immer noch absolut Weltklasse besetzt. Ob Memphis Depay, der in ausgezeichneter Form ist, by the way, Frankie de Jong, Sergio Busquets, Jordi Alba oder Pedri. Die Mannschaft ist immer noch ausgezeichnet und muss sich jetzt einfach im Kollektiv beweisen. Die Münchner haben mit David Alaba auch einen wichtigen Leistungsträger verloren. Mit Upamecano haben die Bayern aber einen hochtalentierten Ersatz und ich glaube dieses Jahr kann Luka Hernandez endlich mal konstant in der Startelf zeigen, warum man ihn damals für 80 Millionen Euro verpflichtet hat. Das Mittelfeld und die Offensive der Bayern ist seit Jahren absolut Weltklasse besetzt. Ob Lewandowski, Gnabry, Sané oder Müller. Gefühlt kann jeder Spieler in der Bayern-Offensive spielentscheidend sein. Der FC Barcelona will sich garantiert für die 8 zu 2 Klatsche beim letzten Aufeinandertreffen revanchieren und beweisen, dass man auch ohne Messi eine Top-Mannschaft ist. Die Bayern wollen auch dieses Jahr mit Sicherheit wieder das Triple angreifen. Trainer Julian Nagelsmann ist heiß auf Titel und wird alles tun, was in seiner Macht steht, um seiner Arbeit die Krone aufzusetzen. Mein Tipp für das Spiel, Barca gegen die Bayern, ist ein 2 zu 1 Sieg für die Bayern. FC Liverpool gegen AC Mailand. Da denkt man doch sofort an das Champions-League-Finale 2005, als Milan zur Halbzeit mit 3 zu 0 führt und Liverpool das Spiel noch drehen konnte und im Elfmeterschießen gewinnt. Die Ausgangslage heute ist etwas anders. Liverpool hat die Champions League erst 2019 erneut gewinnen können und gehört auch dieses Jahr wieder zu den Favoriten. Nachdem man die letzten beiden Jahre an beiden Madrider-Klubs gescheitert ist, ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp heiß. Milan hingegen ist das erste Mal seit der Saison 2013-2014 wieder in der Champions League vertreten. Der Klub hat es endlich geschafft, sich wieder richtig zu strukturieren und sich oben in der Serie A zu etablieren. Liverpool geht als Favorit ins Spiel, vor allem da das Spiel in Anfield stattfindet. Jedoch würde ich Milan nicht unterschätzen. Auf gar keinen Fall. Milan hat durchaus die Qualität Liverpool weh zu tun. Mein Tipp für das Spiel ist ein 1 zu 1. Ich glaube Milan schafft es einen Punkt aus Anfield zu entführen. Manchester City gegen RB Leipzig. Und die Frage, kann Pep Guardiola die Champions League gewinnen oder nicht? City ist als Vorjahresfinalist natürlich einer der Favoriten auf den Titelgewinnen. Wie jedes Jahr. Der Saisonstart lief allerdings nicht ganz perfekt, da man direkt den Auftakt in der Liga verloren hat. Dennoch muss man Manchester City auf der Rechnung haben. Selbstverständlich. Denn mit Spielern wie Kevin De Bruyne, Elkay Gündogan, Ruben Diaz oder auch Phil Foden ist das Ziel natürlich klar. Auch bei RB Leipzig lief der Saisonstart alles andere als gut. Zwei Niederlagen direkt zu Saisonbeginn ist nicht das, was man bei den Leipzigern erwartet. Dennoch hat Leipzig in den vergangenen Jahren oft genug bewiesen, dass sie jedem Gegner Probleme bereiten können. Erst letztes Jahr setzte man sich in einer Gruppe mit PSG und Manchester United durch, die dann den Gang in die Europa League antreten mussten. City geht natürlich als Favorit ins Spiel. Und auch mein Tipp ist ein 3 zu 1 Erfolg für Manchester City. Ich glaube, dass die Leipziger Mannschaft noch nicht richtig eingespielt ist, nachdem man mehrere Leistungsträger plus den Trainer verloren hat. Inter gegen Real. Oder auch Simone Inzaghi gegen Carlo Ancelotti. Inter ist überraschend stark gegen die Saison gestartet. Nach den Abgängen von Lukaku und Hakimi haben viele mit einem zu großen Qualitätsverlust gerechnet. Allerdings hat man bei Inter einen hervorragenden Job gemacht. Diese Spieler zu ersetzen ist schwierig, aber die Mannschaft wirkt immer noch geschlossen und Neuzugang Joaquin Correa hat bei seinem Debüt schon bewiesen, dass er der Mannschaft definitiv weiterhelfen kann. Real hingegen ist Dauergast und auch Dauerfavorit in der Champions League. Jedoch hat man in diesem Sommer mit Rafael Varane und Sergio Ramos die Innenverteidigung verloren, die im letzten Jahrzehnt alles gewonnen hat, was zu gewinnen gab. Und ob man diesen Verlust auffangen kann, bezweifle ich etwas. Gerade mit Ramos hat man nicht nur den Kapitän verloren, sondern auch seinen Anführer. Einen Spieler für die wichtigen Momente, der mit seiner ekelhaften Art fehlen wird. Und das meine ich im absolut positivsten Sinne, wie es nur möglich ist, bei so einem Drecksack wie Sergio Ramos. Was ein unglaublich geiler Spieler. Ich glaube dennoch, dass für viele Real als leichter Favorit ein Spiel geht. Inter lag die Champions League in den letzten Jahren noch gar nicht. Ich persönlich tippe allerdings auf ein 1 zu 1 unentschieden. Ich möchte noch kurz die Spiele Besiktas gegen Dortmund und Sporting gegen Ajax erwähnen. Besiktas gegen Dortmund könnte alleine von der Atmosphäre ein absolutes Highlight werden und auch sportlich wird das Spiel überzeugen können. Und bei Sporting gegen Ajax treffen wohl der zwei begnadetsten Fußballschulen der Welt aufeinander. In dem Spiel wird so viel Talent gegeneinander spielen, dass es einfach nur den Scout in uns allen wecken wird und wir da eine Menge Spaß haben könnten. Fangen wir an mit dem FC Barcelona. Und ja meine Freunde, ich bin zurechnungsfähig. Aber es wäre doch wieder so eine Geschichte, die da Fußball schreibt, dass der FC Barcelona in der Saison die Champions League wieder mal gewinnen kann, in der Leo Messi die wohl größte Club-Ikone den Verein verlässt. Wie bereits gesagt, der Kader ist top besetzt und wenn das Team zusammenwächst, ist alles möglich. Bleiben wir in Spanien und zwar beim amtierenden Meister, Atletico Madrid. Diego Simeone hat das Champions League Finale bereits mehrfach erreicht, aber noch nicht gewinnen können. Dieses Jahr hat er seinen Talisman wieder, denn Antoine Griezmann ist back in Billion. Er ist zurück und heiß. Dazu hat man mit Rodrigo de Paul einen bombastischen Transfer getätigt. Und machen wir uns nichts vor. Atletico ist immer zu jeder Zeit für absolut jeden Gegner einfach nur eklig zu bespielen. Man sollte sie immer auf der Richtung haben. Als letztes Dark Horse kommen wir zu Manchester United. Ja, United als Dark Horse zu nennen ist vielleicht nicht ganz so angebracht, wenn man den Kader sieht, aber erstens hat United lange nicht mehr um die Champions League mitgespielt und zweitens mein Video meine Regeln. Ihr Lafos. Was soll man großartig zu Manchester United sagen? Rafa Varane, Bruno Fernandes und der beste Spieler der Welt, Paul Pogba spielen dort. Achja, und ein gewisser Cristiano Ronaldo ist auch zurück im Old Trafford. United könnte dieses Jahr in Europa wieder angreifen. Und für mich wäre es ein absolutes Highlight zu sehen, wie Phil Jones den Champions League Pokal in die Höhe reißt. Alleine die Vorstellung ist herrlich. Kommen wir noch kurz zu meinem Tipp auf den Sieg in der Champions League. Und es ist schwierig. Mein Kopf sagt Chelsea, mein Gefühl sagt Barcelona oder Liverpool. Und ich gehe einfach kurz und knackig mit Letzterem und sage Liverpool. Fragt mich nicht warum, ist einfach so. Das war es dann auch schon wieder für heute. Schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare, haut die Likes nach oben, wenn euch das Ganze gefallen hat, für den Support. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao ciao meine Freunde.